hallo ihr lieben youtube freunde hier ist nochmal ein video von mir ein update ich bin jetzt insgesamt drei wochen auf reisen und zwar bikepacking mit den fahrertaschen hier und die teste ich jetzt natürlich aus mache auch ein bisschen promotion dafür hat natürlich dann ganz viele videos und auf instagram mache ich ganz viel genau und ich möchte euch jetzt ein video präsentieren von bikepacking für frauen oder mädels so ich werde jetzt einige sachen hier auspacken und dann werde ich euch erzählen was ich hier von alles gebraucht habe und noch nicht gebraucht habe ich bin jetzt das ist jetzt schon ich bin jetzt schon auf der rückreise das heißt ich bin drei wochen unterwegs von köln nach rotterdam dann von da aus nach ottdorp das ist so die auf der ersten insel ein dörrchen südlich von rotterdam da war ich halt die ganze zeit am strand an seeland entlang gefahren und bin jetzt wieder auf der rückreise heute bin ich in antwerpen und bleib hier drei tage denn ich habe meine periode und ich möchte mich ein bisschen ausruhen bin auch ein bisschen müde und danach geht es vier tage lang wieder zurück nach köln das sind nur 200 kilometer das heißt ich war nur 50 kilometer am tag das ist meine allererste bikepacking reise für drei wochen und ich gehe deshalb erst mal langsam an so ein bisschen erfahrt von meinen erfahrungen werde ich gleich in einem anderen video noch mal erzählen auf jeden fall möchte ich euch heute erst mal zeigen was ich alles dabei habt so das ist erstmal ein handtuch man könnte halt natürlich eines dieser kleinen handlichen handtücher mitnehmen aber ich habe jetzt nicht gefunden deswegen habe ich ein normales protein handtuch dabei so dann habe ich ja erstmal klamotten ich habe definitiv viel zu viele klamotten dabei aber ich kann euch sagen was nützlich ist ist halt habe ich auch schon vorher mich erkundigt oder man kennt es ja diese zwiebelschichten das heißt ich habe mehrere hosen und unterteile und oberteile die halt die man übereinander anziehen kann ich ordne das gleich und dann sage ich euch was wie viel ich wovon habe also das sind erstmal die die sind definitiv zu viel die packe ich aber erstmal alle aus so dann habe ich ein buch mitgenommen witzigerweise ist das über tulpen ich habe da jetzt erst gerade das erste kapitel angefangen und ich bin schon zwei wochen unterwegs das heißt so viel habe ich nicht gelesen muss aber auch zugeben ich bin halt mehr so der instagram typ deswegen also ich verbringe dann halt viel zeit da drauf gucke mir jetzt im moment selber nichts an welcher selber herausbringe das heißt content createn also fotos poste und so weiter das dauert ja auch manchmal eine stunde oder eine halbe stunde und je nachdem ja ich will ja dann auch nicht die ganze zeit vor dem handy hängen aber ich höre dann halt musik oder audible das heißt dann halt auch man kann sich ja auch podcast oder so ein ziemlich unterwegs so dann habe ich von decathlon ein rain cover also das ist halt für über die wenn ich hinten die beiden packtaschen dran habt dann habe ich obendrauf meinen meine picnic decke und mein schlafsack und so weiter und dann habe ich halt so ein rain cover gekauft um mein schlafsack sozusagen trocken zu halten allerdings muss ich zugeben ist dieses produkt von decathlon ziemlich schlecht also es hat es nicht trocken gehalten und ich bin halt schon so sich anderthalb stunden durch den regen gefahren der war jetzt nicht so super stark aber ich hätte schon erwartet dass er das dieses rain cover ist schafft meine regenhose für 15 euro hat es geschafft da hätte ich jetzt gedacht dass das besser gewesen wäre aber naja schaut euch mal an genau was ihr da kauft auf jeden fall war das hier nicht besonders hilfreich ja genau unterwegs habe ich mal in der garage sale eine tasse gekauft habe ich halt gas dabei und ich habe nämlich das hier habe ich auch gekauft ich verlinke euch diese produkte auch als affiliate produkte in der infobox und das habe ich sehr gut benutzt das ist halt ein kleiner topf hier vorne und noch ein kleiner topf so und man kann halt diesen kleinen topf als den deckel vom großen topf benutzen also wenn man schnell wasser kochen will oder was aufwärmen möchte dann ja kann man das halt so benutzen ich habe nämlich schon geguckt also ich wollte halt kostengünstig einkaufen auf amazon und ich habe dann halt auch geguckt dass ich ein deckel krieg und dann habe ich gedacht okay das ist sehr praktisch weil man kann ja auch das kleine teil benutzen um weiß ich nicht noch mehr wasser auf zu kochen ich habe hier einen kleinen beutel voller hirse das ist halt mongolische geröstete hirse das gibt es hier nicht aber ja in deutschland kann man dann halt müßlich kaufen zum beispiel dann habe ich also das waren mit dabei einer tasse und darum geht es jetzt eigentlich hier dieses ding das ist halt so ich zeige euch das mal ein bisschen das hier ist halt so ein teil was man da drauf schraubt auf diesen gas auf diese gaskartusche und dann kannst du halt vorher machen und das war halt mit dabei in diesem deal und es hat ungefähr 25 euro gekostet und leider hatte ich halt aus deutschland zwei falsche kartuschen mitgenommen und ich hatte dann in rotterdam eine neue kartusche gekauft das war eine steckkartusche und ich habe halt die ganze zeit das falsche ding gekauft das heißt ich hatte dann letzten endes drei volle gasflaschen wusste nicht was ich damit machen sollte und habt ihr dann halt irgendwo dann bei einem gasverkäufer gaskartuschen verkäufer dann stehen lassen der hatte auch keine solchen schraubkartuschen auf jeden fall in irgendeinem laden habe ich das dann doch gefunden für sechs euro also das brauche ich das eigentlich gar nicht so viel denn ich habe in der zwischenzeit nämlich dieses ding das ist ein holzvergaser schreibe ich euch auch den link dazu das habe ich mir auch vorher angeschaut in einem link oder in einem video das ist ein cooles teil denn also ich finde das macht ja richtig spaß auch einfach zu kochen weil man gibt sich ja ganz viel mühe und mit diesem gas ding ist natürlich ganz einfach aber man muss halt auch richtig vorher machen das gehört halt irgendwie zu dieser reise dazu für mich und dieses feuer machen das ist halt schon so etwas uriges so was naturverbundenes und das hat halt total viel spaß gemacht ich habe das auch gut benutzt wie man sehen kann hier das ist halt ashtray also das ist dieses Asche also Asch da wo die Asche aufgefangen wird ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen und dann legt man das hier da drauf ich habe halt extra geguckt dass ich auch eins nehmen kann das man verschieben kann deswegen auch mit diesem griff hier dran das hier ist zusätzlich dabei gewesen das habe ich kaum benutzt nur als unterlage das kann man auch benutzen hier unten um wie heißt das spiritus glaube ich rein zu tun oder so ein gel und damit dann zu kochen was ich aber halt so unbeständig fand und dann hast du halt hier so ein das nennt man halt wirklich holzvergaser weil da kommen halt aus diesen kleinen löchern ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt an der seite da seht ihr das ein bisschen hier genau aus diesen kleinen löchern da kommt das feuer nämlich raus und hier unten habt ihr seht ihr auch diese löcher da geht die Asche dann nach unten so und dann habt ihr halt so viel Platz das heißt ihr müsst dann so ein bisschen kürzeres holz kauf nicht kaufen aber finden also brechen und dann legt man das dann halt hier rein und dann hat man halt dieses dieses teil zum drauflegen und dann kannst du halt so drauf kochen und das habe ich halt die ganze zeit gemacht habe ich auch am strand gemacht hat voll bock gemacht ja so muss mich mal ein bisschen beeilen weil das video soll nicht zu lang werden so ich mache ein separates video glaube ich von den essen was ich mitgenommen habe das finde ich mich auch ganz interessant wie man sich organisiert laptop musste ich mitnehmen ich habe echt hin und her gehadert ob ich das mache weil eigentlich sollte das ja eine reise für ja für mich also halt down to earth wie sagt man so sich sehr erden sein und dieses dieses ding naja ist ja halt irgendwie genau das gegenteil so ein laptop und da ich aber halt trotzdem halt manche sachen die auf dem laptop einfach machen muss zu arbeiten das auf dem handy halt nicht funktioniert habe ich habe mir gedacht okay nimmst halt mit und ich habe den jetzt glaube ich dreimal benutzt oder so habe ich halt hier so waschzeug zum anziehen das werde ich euch später eine hängematte die ich nicht benutzt habe leider bis jetzt viel zu schwer regenhose kann man ja genau das ist halt noch was zu essen das zeige ich euch später in einem anderen video so dann habe ich halt hier so seile mitgenommen ich habe mir halt gedacht so ein notfalls kann ich dann damit irgendwas zusammenpacken also auf einem fahrrad oder vielleicht auch das als wäscheleine benutzen oder ich hatte mir halt überlegt so eine plane mitzunehmen um das dann auf aufzuspannen zwischen bäumen aber hier in holland bist du halt kaum auf campingplätzen mit bäumen und du hast halt schon die knallende sonne wenn es dann halt sonnig ist das heißt so wie ich mir das halt ausgemalt hat es hat nicht so funktioniert auf jeden fall ist das halt unnötig mitgenommen worden genau dann halt habe ich so ein universal wie heißt das denn ja so halt so ein toolkit oder so nennt man das glaube ich das ist halt extra fürs fahrrad fahren zum fahrrad also fürs fahrrad geeignet und dann hast du halt diese ganzen im bus teile das muss grad so ein bisschen knallig mit der sonne die ganzen im bus dinge da so und dann hast du hier doch zum schrauben was aber mit meinem fahrrad irgendwie nicht geklappt hat ich habe das mal ausprobierten wollte mal den sattel ein bisschen höher stellen also das war auch umsonst da denke ich wäre es schlauer einfach für jemanden wie mich das ist ja ich bin ja eine anfängerin wäre es halt schlauer einfach in so einen fahrradladen zu gehen und sich da helfen zu lassen auch wenn die da manchmal nicht so ganz hilfreich sein können weil es dann natürlich so ist dass man da halt wartelisten hat und so weiter weil in größeren städten zum beispiel die nachfrage sehr groß ist also ich war halt schon ein paar mal bei einem fahrradladen und habe um jetzt geklappt also weiß ich nicht ne vielleicht bis jetzt ist alles gut gegangen von daher muss ich jetzt nichts sagen aber ja also eine fahrradpumpe habe ich mitgekommen mitgebracht und gekauft die habe ich im decathlon war auch günstig irgendwie so acht euro oder so habe ich noch nicht benutzt so dann habe ich was zum schreiben und dieses ist ein blog ein leerer blog aber hier zum beispiel auch manche rechnung drin und prospekte und so weiter und letzten endes habe ich das aber eigentlich benutzt also das papier benutzt zum feuer machen das heißt ich habe halt überhaupt nicht reingeschrieben so dann habe ich zwei geschirrhandtücher das ist kann schon hilfreich sein ich habe zwei plastik teller das hat mir auch geholfen eine schüssel eine plastik schüssel die man auch zu machen kann damit ich da halt auch essen transportieren kann das war auch hilfreich ich habe einen holzlöffel das war ganz wichtig mitgenommen weil ich wollte halt meinen meinen schönen topf nicht zerkratzen denn mit diesem kipps dabei also mit dieser ganzen mit dem topf dabei war nämlich auch war nämlich metallbesteck ja dass man so aufklappen kann so und das wollte ich halt nicht benutzen für für diese töpfe da deswegen habe ich einen holzlöffel mitgenommen man kann natürlich auch so einen größeren löffel zum kochen benutzen aber ich habe halt eigentlich auch immer alles damit gerührt mit dem holzlöffel also der hat mich sehr sehr gut begleitet auf der reise und dann habe ich hier so einen beutel voller medikamente und shampoo also ich habe halt auch so was zum nähen da mitgenommen habe ich nicht benutzt moskitospray ich habe mir halt ja so für vielmehr für meinen finger also nagellack entfernt haben und nagellack mitgenommen ich habe mir auch so wie heißt das verbandszeug mitgenommen das ist jetzt auch ein bisschen kaputt hier für den fall dass ich mich verletze aber da waren jetzt bis jetzt keine großen verletzungen und auch fenestiltropfen sollte ich irgendwie eine allergie plötzlich haben ich glaube die klamotten mache ich auch noch mal später ich habe halt kakao also für unterwegs habe ich einmal kaffee instant kaffee und instant karls instant kakaopulver mit mit zucker ein bisschen aber zart bitter das heißt ich habe halt ich mag halt gerne so stärkeren kakao habe ich hier rohrzucker das heißt ich habe halt was das essen anbelangt habe ich halt aus dem chinesischen laden am asiamarkt habe ich soja bohnen soja milchpulver genauso ja milchpulver gekauft in solchen packungen habe ungefähr zehn stück mitgenommen und die waren auch ziemlich schnell dann verbraucht das heißt jetzt habe ich halt keine mehr und ich habe halt diese soja bohnen soja milchpulver mit meinem schwarzen tee getrunken also als milchersatz sozusagen ich habe halt keine milch mitgenommen oder milchpulver und auch für den kakao aber ich habe halt ich mag jetzt auch nicht so viel milch auf einmal kaufen und das aufwärmen das muss man ja schnell aufbrauchen deswegen habe ich halt soja milchpulver gekauft und das kann ich euch auch empfehlen so dann habe ich halt noch was anderes das ist auch das gleiche das ist so walnuss mix walnuss und aprikosen kerne das ist auch ja sehr gesund würde ich sagen aber das schmeckt nicht so gut wie die soja milchpulver geschichte so dann habe ich das ist jetzt hier im kühlschrank noch dann habe ich halte auch aus dem asiamarkt was wollte ich denn machen essen wollte ich ja genau separat machen genau also das mache ich noch mal separat das essen auf jeden fall habe ich hier dann habe ich einen schlauch den ich auch nicht benutzt habe bis jetzt ich habe halt gedacht meine gedanke war auf dem weg wenn ich einen platten haben sollte würde ich jetzt nicht sofort versuchen diesen platten zu fliege flicken weil könnte ja sein dass ich dann halt ein loch entdecke und plötzlich ist da noch ein anderes loch das ich nicht entdeckt habe oder so deswegen würde ich das gerne und vor allem habe ich dann auch nicht wasser da um diese löcher zu entdecken deswegen habe ich gedacht da würde ich sofort den schlauch wechseln und dann bei der ankunft in einem campingplatz oder woanders würde ich dann halt diesen schlauch reparieren so ein messer darf nicht fehlen so ein richtiges messer essen klamotten essen auch und nochmal klamotten unglaublich viele klamotten klamotten also kosmetika für frauen man sollte halt natürlich nicht vergessen tampons oder binden mitzunehmen ich habe dann auch noch mal so hier so ein was ist das so ein balsam wie nennt man das melkfett ne von der ringelblume habe ich da mitgenommen wofür habe ich das benutzt also ich hatte glaube ich die ersten paar tage ziemlich raue hände also eine handcreme habe ich auch dabei ne schminksachen habe ich auch dabei genau das normale tagescreme also halt das was man gebraucht ne so einmal habe ich mich geschminkt als ich in rotterdam war das war es dann auch ähm genau dann zeige ich euch mal kurz Handschuhe sind für mich total wichtig weil ich habe die erste glaube ich in rotterdam gekauft das heißt ich habe die erst nach einer woche gekauft die Handschuhe und meine Finger sind total taub geworden weil dieser Druck auf die Lenker oder auf das Lenkrad oder das Lenker so stark war dass meine Finger nämlich taub geworden sind dass die Blutzufuhr da halt gestoppt wurde und ich habe Schmerzen gehabt und diese Polster mindern das so ein bisschen ab und lassen 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 es mehr zu dass die Blutzufuhr halt zu den Fingern noch weiter weiter läuft so deswegen also ich würde euch halt empfehlen so dickere Handschuhe das sind jetzt halt Lederhandschuhe auf der einen Seite und dann ich glaube Baumwolle mit Löchern auf der anderen Seite so und ich finde die auch ziemlich schick ne deswegen ja habe ich für 20 Euro gekauft mal gucken ob ich die irgendwo finde vielleicht kann ich euch das verlinken ganz wichtig für mich war eine Powerbank mitzunehmen weil mein Akku für mein Handy was ich gebraucht habe jede Zeit für mein Navigationssystem dafür habe ich Bikemap benutzt das ist eine App und naja das zieht halt viel Strom weil die halt immer diese Standortbestimmung machen müssen und naja so nach zwei Stunden war der Akku schon quasi leer und musste ich halt unterwegs beim Fahren direkt aufladen deswegen muss ich auch immer gucken dass das Ding halt nicht zwar voll ist aber halt genug Akku hatte und hier in der Lenkertasche vorne drin haben mit den entsprechenden habeln und habe ich hier vorne halt auch so kleine Sonnencreme drin ansonsten habe ich halt hier ein Feuerzeug noch zum Feuer machen und Kopfhörer habe ich auch immer vorne da habe ich jetzt kleine Kopfhörer meistens habe ich die großen dabei jetzt sehe ich die gerade nicht und vorne nochmal so ein Kit ne so ein Flickzeug Kit und dann habe ich noch ein kleines Taschenmesser wovon ich das Messer benutzt habe meistens aber ich habe ja auch dieses andere Küchenmesser dabei von daher sonst habe ich das eigentlich nicht benutzt und das ist auch nicht so hilfreich gewesen irgendwie ich habe da mal versucht irgendwie Holzen zu brechen oder zu sägen das hat gar nicht geklappt und zu vergessen eigentlich würde ich jetzt so nicht weiterempfehlen eigentlich da würde ich glaube ich etwas anderes empfehlen und ganz wichtig auch für meine Taschen ähm als Ersatz ähm für sollte mal eines dieser Nieten hier abfallen ja von der Fahrradtasche habe ich halt von Ortlieb ein Universal Schraubensatz ich mache euch den Link da auch rein und dann kann man nämlich das wieder halt ranschrauben ohne großartig da ähm ja halt irgendwie so Werkzeug zu benutzen ja und halt diese Lenkertasche vorne das ist eine coole Tasche die habe ich auch auf Amazon gekauft die kann man halt auch so an den Bauch binden was ich bis jetzt nicht gemacht habe oder so quasi weil das sieht mir zu touristisch aus einfach da fühle ich mich halt wieder in den 80er Jahren so da habe ich keinen Bock drauf dann habe ich eine Sonnenbrille für mich auch wichtig und mein Zelt ganz wichtig ähm das ist ein Zelt für ein bis zwei Personen ich habe das gut benutzt für eine Person das heißt ein kleineres Zelt wäre für mich glaube ich ein bisschen unentspannter gewesen also das fand ich schon ganz gut und ähm nicht zu groß nicht zu klein und dann habe ich aber halt auch noch so ein so eine Plane so einen Boden Zeltboden äh gekauft weil mein Zelt hat halt keinen Boden der wasserdicht ist so deswegen muss man sich halt genau überlegen ich habe halt ein relativ preiswertes Zelt neu gekauft für ungefähr 65 Euro plus 20 Euro äh Zeltboden das ist jetzt auch nicht die perfekte Lösung weil das ist nicht abgestimmt von der Größe her das heißt am Rand des Zeltes äh war es manchmal auch feucht und ähm wenn ihr dann eine teurere oder eine bessere Lösung habt wenn ihr genug Geld habt beziehungsweise Geld ausgeben wollt ja für 200 Euro oder sowas dann verkauft euch ein vernünftiges Zelt aber für mich äh ist das jetzt eigentlich auch gut genug und ich glaube das werde ich auch so halt für die nächsten Reisen gut benutzen können weil das trocknet dann halt auch ziemlich schnell und dann ist halt das ähm nicht muss ich das nicht nass einpacken oder so so dann habe ich natürlich noch meinen Helm dabei zwei Wasserflaschen ganz wichtig ich habe hier auch eine Halterung am Fahrrad und eine Wasserflasche habe ich direkt an die an die Lenkertasche dran vorne gemacht das passt da nämlich auch rein da habe ich extra geguckt dass ich so eine Tasche habe wo das Wasser da reinpasst dann habe ich eine Picknick-Decke ich gucke mal ob ich die auch finde im Internet und dann verlinke ich euch die mit der bin ich mega zufrieden die finde ich super schön ähm auch für die Stadt also um in den Park zu gehen und auch total praktisch weil das halt noch so eine Tasche hat ne da kann man halt auch nochmal was reintun da kann man sich das drum hängen und hier noch was reintun ähm und dann habe ich das manchmal im Zelt eingepackt manchmal habe ich das mit zum Strand genommen also diese Picknick-Decke ist fantastisch und da bleibt jetzt irgendwie auch kaum Sand dran es gibt ja auch so oben Picknick-Decke mit so Flausen und so das finde ich jetzt nicht so toll dann habe ich da wie ihr seht diese lilane Isomatte und so eine ganz oldschool richtig dicke dicken Schlafsack ne denn das hier ähm da habe ich halt kurz überlegt ob ich einen dünnen kleinen Schlafsack mitnehme aber ich bin so eine Frostbeule weshalb ich auch diese altmodische Isomatte mitgenommen habe weil ähm diese ganzen Luftmatratzen Isomatten oder Luftmatratzen äh Luftmatratzen die man halt so ganz klein machen kann da habe ich halt immer so ein bisschen Schiss dass es von unten halt zu kalt ist und dann friere ich halt und ich habe halt auch jetzt auf der Reise schon ein paar mal gefroren dann habe ich mich halt total warm angezogen und trotzdem äh gefroren ja also von daher war das schon eine gute Entscheidung dass ich äh eine aber das ein bisschen mehr Platz einnimmt einen dicken Schlafsack und so eine fette Isomatte mitgenommen habe gut ich glaube das war's Klamotten mache ich ja separat ansonsten habe ich halt auch immer so eine Tüte da die ich dann halt mit oben drauf mache ach so zwei Schlösser mitgenommen wobei ähm ich glaube auch ein Schloss halt ausgereicht hat und äh hier diese diese Dinger die haben halt richtig geholfen ne um Sachen zu befestigen also ich habe hier halt wie gesagt dieses Seil nicht benutzt aber das was man halt so was elastisch ist das hier ähm war ich glaube da habe ich zwei Stück das habe ich auch immer benutzt ja ansonsten halt äh Lichter nicht vergessen ne so Vorderlicht Masken habe ich natürlich auch immer dabei Vorderlicht ja und Hinterlicht habe ich noch ein ach so mein ich hab so noch äh wie heißt das so Selbsttest mitgenommen und noch ne Brille schwimmte schwimmte und hier so eine Stirnnappe die ich unbedingt noch benutzt haben wollte weiß nicht also ich habe so nachts ein bisschen gelesen damit aber eigentlich ich habe mir das so ein bisschen romantischer vorgestellt dass ich dann halt ganz alleine im Wald äh zählte ohne Menschen und so und ne also ich hatte da jetzt keinen Bock drauf und vor allem gab es da jetzt auch in Holland wo ich halt unterwegs war und auch auf dem Weg dahin das ist ja sehr wie sagt man ähm dicht bevölkert ne da äh kannst du da jetzt nicht mal eben im Wald irgendwie da campieren ne Weltcampen joa aber vielleicht mal für die Zukunft ne so jetzt habe ich hier alles schön ausgelegt ähm ein Video äh für die Klamotten mache ich glaube ich tatsächlich separat das verlinke ich euch dann und ein Video für das Essen das mache ich auch separat ok dann vielen Dank fürs Zuschauen ansonsten ja schreibt mir gerne in die Kommentare was ihr noch für essentiell wichtig haltet um das mitzunehmen ah eine Sache die ich ganz vergessen habe die nämlich in Sichtweite liegt aber nicht für euch ist hier Tape ne das ist auch sehr hilfreich gewesen ok dann wünsche ich euch alles Gute viel Spaß auf euren Reisen und ja bis demnächst Ciao bis demnächst ja bis demnächst 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 Vielen Dank.